Oh Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Prison Architect. Und ja, und uns fehlt mal wieder Kohle. Und dafür tun wir mal die Gefangenen wieder durchsuchen. Die haben es nicht anders verdient. Vor allem, wenn die zur Schlafenszeit noch draußen sind. Und gleich wieder einen Baum für einen Hunderter gekauft. Ich glaube, ihr spinnt. Geht doch nicht. Wir sparen hier meine komplett neue Dingskirchen hier aufzubauen. Einen ganz neuen Trakt. Und was passiert? Der gibt einfach einen Hunni für einen Baum aus. Nee. Ernsthaft? Und schon wieder. Und ich höre mein Wauwau-Kläffen. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Das wäre nämlich nicht gut. Und wenn doch. Ich denke, es wäre eigentlich halb so wild. Kommt ein wenig Leben in die Bude. Und dann könnte ich ja noch behaupten, es wären diese Hündchen hier, die hier am rumkläffen sind. Ja, das Game hat neue Sounds. Ganz cool. Einmal so ziemlich Geldloses. Dann läuft alles irgendwie schleppend. Aber die Köche, die arbeiten mal wieder richtig zack, zack. Da bleibt kein Herz sauber. Ist ja schon wieder Duschzeit. Die Durchsuchung ist ja auch fast durch. Hat da was? Nö. Reduzieren wir mal die Geschwindigkeit. Und wie es aussieht, gab es keinen weiteren Tunnelgrabversuch. Anscheinend wissen die Leute, was hier abgeht. Und dass es sich halt wirklich nicht lohnt. Gell, Hambli? Da stimmst du mir auch zu. Bolton bestimmt auch. Jaja, ich störe euch nicht weiter auf der Toilette. Ist ja gut. Bin schon weg. Oh, die sind durch mit dem Durchsuchen. Keine großartigen Funde. Und wenn ich das jetzt hier so anbaue. Dann reißt das mir ja die Mauer weg, wenn ich das so mache. Machen wir das so und reißen die andere Mauer manuell weg. Soll ja nicht unser Schaden sein. Oh, ich hoffe, ich habe hier aufgepasst. Das werden wir gleich sehen. Jo, passt soweit. Dann reißen wir die Mauer hier bitte noch weg. Äh, boop, Paterials. Demolished Walls. Passt. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Vielleicht hätte ich es einfach nur durch eine Tür ausgetauscht. Oh, naja. Gibt es Schlimmeres. Zum Beispiel diesen Open-Air-Flur. Ja, habe ich gesagt, ihr sollt beide zerlegen oder nur eine? Nein, nicht die Tunnel. Die Wände bitte. Na komm, Junge, mach hier ne. Geht doch. Und mit dem Restgeld beginnen wir gleich mal, hier die ganzen Wände hochzuziehen. Was zur Hölle ist das hier? Ach, da putzt irgendein unsichtbarer. Ach so, weil da kein Licht drin ist. Okay. Ich habe eine Stelle. Dann werden die Wände von den Duschen wenigstens soweit fertig. Oh, und kein Geld mehr. Doof. Das ist das falsche Besucherzentrum. Dort dürfte eigentlich noch keiner drin sein. Okay, und ich denke mal, wir können uns jetzt erlauben, mal die Türen wieder kurz zu öffnen. Dann hätten wir Nachschub bekommen. Junge, was guckst du so deprimiert? Ich kann nichts dafür, dass du Simcock heißt. Du Warname. Und wir sind wieder im Minus. Toll. Wer hat den Baumstamm hier liegen lassen? Komm Junge, heb den mal auf. Oder auch nicht. Wie schaut's eigentlich beim Kurs aus? Ähm, Programms. Hm. Da fehlen noch zwei Leute. Kommt schon, Leute. So schwer wird diese Schulung doch nicht sein, oder? Oder? Aber was für ein Gedrängel. Immer wieder dasselbe in der Kantine. Ey, Junge, blockier nicht die ganze Zeit das Telefon. Andere wollen auch noch telefonieren. Und nein, ich baue dir bestimmt kein Gewichthebegerät hier in die Kantine. Oh, kloppt euch nicht. Natürlich, jetzt werden einige lachen. Der Typ heißt Andrea. Nehä. So witzig ist das nicht. Andere Länder, andere Sitten. Nee. Und andere Namen. Der Nobles, der sieht gefährlich aus. Da bleibt uns ja noch ein bisschen erhalten. Und der fällt hier wieder Bäume. Wo kommt die Palme denn hier? Habe ich die manuell angepflanzt, oder was? Und da sehen wir uns mal ein wenig um. Da duscht einer während der Arbeitszeit. Natürlich. Hm. Hier zu kochen lohnt sich noch nicht. Wisst ihr doch, oder? Ich glaube, die ganze Area müsste ich fast schon für Personaloffenheiten. Beziehungsweise schließen. Äh, ihr wisst, was ich meine. Dass der halt nur Personal rein kann. Es missfällt mir, dass der die ganze Zeit die ganzen Typen da reinrennt. Oh, der Wert des Gefängnisses hat sich noch nicht deutlich gesteigert. Schade eigentlich. Vielleicht haut es diesmal auch hin mit den Betten. Was ich eigentlich bezweifle. Eins. Zwei. Ich glaube, ich müsste die Exporte fast schon einstellen, oder? Wenn die jetzt weg ist, bin ich gleich wieder auf Null, oder? Natürlich. Oder ich erhöhe die Produktion. Hm. Wo bringe ich noch so einen Tisch unter? Hier im Eck, oder was? Das war ein bisschen eng, aber mein Gott. Äh, Carpenter Table. Okay, das Geld ist es mir wert. Wie zur Hölle stelle ich da die Exporte ein? Na ja, machen wir es einfach. Ich habe noch einen Export-Storage, oder so. Dass das Ganze zurückständig verkauft wird. So komme ich ja nie an die 10 Betten ran. Wenn die jedes Mal auf Null zurückgesetzt werden, sobald die verkauft sind. Und zur Fahrt des Tages werden die Gefangenen nochmal durchsucht. Ah, ich mag das. Die ganzen Gefangenen ständig durchsuchen zu lassen. Da wird den Wachen auch nicht langweilig. Die Gefangenen kriegen nicht genug Schlaf. So muss das sein. Und ich verkaufe mir die ganzen Limmensschilder hier. Die nehmen ja nie nur Platz weg. Da verkaufen wir jetzt noch eine Workbench. Hupp. Das ist ja ein Crafting-Table. Oder wie nehmt ihr das? Carpenter-Table, okay. Bum, bum, bum. Wenn die Bäume immer umkippen, das wird sich so komisch an. Ah, acht neue Knastis. Ist da eigentlich was Spezielles dabei? Eigentlich nicht. Da gefangen, wir verlassen uns wieder. Also lassen wir ihn noch ein bisschen offen. Die Kapazität haben wir ja aktuell. Auch wenn es uns an Kohle fehlt. Ich hoffe nur, dass die Neuen, die da im Unterricht teilnehmen, nicht ständig freigelassen werden. Das wäre nicht so toll. Die ganzen Teilnehmer, die hier teilnehmen, die fallen halt ständig durch. Das muss ja auch nicht sein. Und jetzt haben wir wieder ein Superior-Bit. Jetzt sollte ich mir einfach mal ein komplettes Gebiet nur für Workshops anliegen. Aber ob das vernünftig wäre, das weiß ich jetzt momentan nicht. Was haltet ihr denn vor diesem Gedankengang? Einfach so einen eigenen, für sich abgeschlossenen Bereich, wo alle rein können. Und dafür, dass da halt nur Geworkshoppt wird. Jetzt ist das Superior-Bit auch wieder weg. Typisch. Naja, jetzt ist wenigstens wieder Essenszeit. Hab ich da niemanden stationiert? Oder ist immer Pipi? Mal gucken. Mhm. Da hätte ich auf jeden Fall eigentlich gerne jemanden drin. Ich frage mich, wo dieser Typ ist, der da die ganze Zeit rumrennt. Auch immer und immer wieder außenrum. Doch, guck das jetzt mal an. Hab ich dir eine Patrouille zugewiesen, oder was? Ne, da kommt ja eh nicht durch. Hm. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Boah, nur einer im Unterricht. Kann ja nichts werden. Hm. Das finde ich durchaus interessant. Du, die Gefangenen, den Knast bewerten. Ich werde verrückt. Wie bewertest du unser Knast? Mhm. Eure Einstellung zum Knast muss noch deutlich besser werden. Die meisten von euch sitzen ja ewig drin. Natürlich, komisch, das Freizeit lassen die alles liegen. Ist da keiner bereit, es Überstunden zu machen? Ne, ne, ne. Ah, die Mauer können wir hier fertig ziehen. Sehr schön. Ich glaube, die zwei, drei Tische hätte ich mir sparen können. Das Ziel erreichen wir sowieso nicht. So. Hm, hm, hm. Können wir uns da schon eine Zelle leisten oder so? Rooms. Zelle. Objekte. Bett. Moment mal. Was zur Hölle mache ich da? Ich habe ja noch nicht einmal die Grundversorgung sichergestellt. Hm. Jo, das können wir sich geradezu noch leisten. Hm. Ich hoffe, da ist genug Druck auf der Leitung, weil sonst kriegen wir hier ein Problem. Kurz oder lang. Okay. Ja, aber vom Geld hier reicht es, die Duschen hier auszustatten mit Wasserleitung. Oh, das sieht doch schon mal was. Oh wei, oh wei, oh wei. Ist der Raum zugekleckert. Habe ich dann noch etwas Kohle für Duschköpfe. Sobald die hier fertig sind. Oh, und 15 neue erreichen uns jetzt. Hier ist der erste Schwung. Okay, der hat keinerlei Bewertung. Okay, jetzt hat er eine Bewertung. Hm. Blake Tegoden-Reed. Cool. Danke für Ihren Aufenthalt. Für die nächsten 2,3 Jahre. Oh, und er hockt alleine auf den LKW. Keiner wollte mit ihm fahren. Der arme Kerl. Los Leute, baut ein wenig schneller. Und ich glaube, wir schließen mal vorsorglich wieder die Annahme von Gefangenen. Dann sehen wir uns mal an, ob irgendjemand in der Holding Cell landen muss. Da kommen Junge, ich bilde noch ein paar Handwerker aus. Junge, ein paar Superior-Betten bauen. Aber in so einem engen Workshop möchte ich auch nicht gerade gerne arbeiten, weil man kann sich ja kaum bewegen. Das ist ja schlimmer als die Schulzeiten damals, dieser kleinen Werkstatt. Seid ihr auch endlich mal fertig mit Rohre verlegen, ja? Okay, es scheint Wasser komplett durchzukommen, oder bilde ich es mir nur ein? Junge, das bildest du dir nur ein. Der Wasserkreislauf scheint zu stimmen. Objekte, wir würden kaufen, uns gerne ein paar Duschköpfe. Boah, für jeden einzelnener ein Zwanni, ich werde verrückt. Oh, gleich noch ein paar mehr. Duschkopf. Vielleicht hätte ich zuerst die Trains kaufen sollen. Aber Wurst. Die Anschaffung ist an sich auch nicht recht billig. Boah. Wurst, ja, da bekommt man so viel Kohle und dann sowas. Dann ist man gleich wieder Minus. Nee, nee, nee. Und ich hoffe, dass hier endlich mal einer diesen blöden Kurs besteht. Oder zwei zumindest. Die 40.000, die würden mir schon sehr gut tun. Verkauft doch die Betten nicht ständig, Leute. So kombinieren die 10.000 dran. Oder ich hau die ganzen Sägen hier weg und das jetzt hier durch Workshops, äh, durch Carpenter Tables. Oh, jetzt koch. Okay. Geschirr spülen könnt ihr hier gerne. Das stört uns nicht. Dass der extra man gar drüber kommen muss. Yay, wir haben einen Tausender. Bauen wir jetzt noch die Duschköpfe fertig. Und das wird die letzte Handlung für mich sein an diesem heutigen Tag. Hier im Prison Architect. Naja, okay. Trains könnten wir uns noch kaufen. Wenn wir die Kohle schon haben. Dann vergessen wir die wenigstens nicht. Oh, da fehlen noch ein paar Duschköpfe. Duschkopf. Das hört sich irgendwie eine Beleidigung an, ne? Duschkopf. So. Gleich haben wir es. Gleich, gleich, gleich. Ach, hier auch nochmal einen. Und hier, was soll der Geiz? Aber deklarieren werde ich das noch nicht als Raum. Weil sonst rennen die alle von da drüben hier hin zum Duschen. Und das wollen wir schließlich auch nicht. Jetzt gehen wir nochmal einen Blick auf das, was wir geschafft haben. Hier ist das kleine Areal hier, wo jetzt ein Bett drin steht. Als Zelle ist das schon deklariert, aber naja. Ich glaube, die Zellen machen wir ganz zum Schluss, sobald alles als High Security Trakt gekennzeichnet ist. Nicht, dass wir da noch irgendwelche Probleme kriegen. Zum Beispiel, dass hier wieder die ganzen Normalos rüberziehen. Muss ja auch nicht sein. Tja. Und jetzt ist es schon wieder duscht, halt. Wie die Tage hier verfliegen. Tag 43 haben wir bereits cool. So lange haben wir es in den Knast schon ausgehalten. Und heute sind wir endlich soweit zu sagen, wer hätte das gedacht. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zugucken. Tschüss. 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 Tschüss.